Nie ins Bett, nie ins Bett, ohne Krimi tut's die Mimi leider nicht und es brennt die ganze Nacht das Licht. Jeden Abend geht die Mimi in die Haier um halb zehn, aber niemals ohne vorher an den Bücherschrank zu gehen. Kein Götter, keinen Schiller holt sie aus dem Schrank heraus, nein, einen superharten Thriller sucht sich Mimi aus. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Krimi tut's die Mimi leider nicht und es brennt die ganze Nacht das Licht. Ich möchte schlafen, doch die Mimi will lesen. Ich möchte schlafen, doch die Mimi ist erst auf Seite 104. Ja, das ist live. Mimi hat den Krimi und die Interpol und ich den Alkohol.